Hi, wir sind jetzt auf der Insel und wir fahren heute nach Norddorf mit dem Bus. Wir haben noch das 9-Euro-Ticket dafür. Das ist total günstig. Ja, Hessebub, da sind deine ganzen Sandspielsachen, die wir hier mal gebunkert haben. Es ist sehr warm. Der Hessebub hat seine kurze Hose an und wir genießen es einfach. Ich bin noch so müde von gestern, von der Fahrt. Das glaubt ihr gar nicht, aber ich hoffe, dass wir jetzt runterkommen. Mal schauen, wie wir euch mitnehmen. Meine Schwester, die andere Hessemudi, die wartet schon an der Bushaltestelle auf uns. Da hinten kommt die Hessemudi. Ja, wir gehen in Norddorf an den Strand, aber wir wollen auch mal durch die Fußgängerzone schlendern. Wir haben dort auch viele Leute kennengelernt und den ein oder anderen treffen wir dort auch. Diese schönen Ritterhäuschen. Angekommen in Norddorf. Und diese wunderbaren Ritterhäuschen. Ich liebe sie. Ich könnte sie zu Hunderten immer wieder fotografieren. Wieder so ein schönes Haus. Jetzt gehen wir durch die Fußgängerzone. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Strand. Da hinten sind die Dünen. So ein paar Fahrrädchen. Und hier geht es zum Strand. Hier kann man sich eine Schaufel für einen Euro ausleihen. So, macht ihr es, Kinder? Genau. Schaut euch mal diese Drachen an. Mega. Toll, toll. Mega. So, Kinder, dann geht mal weiter bis zum Wasser. Mega. Ach, es ist herrlich. Es ist richtig heiß. Bisschen schwül. Aber jetzt gehen wir zum Wasser. Und ins Wasser vor allen Dingen. So, auf geht's, Kinder. So, es ist Ebbe. Aber die Flut kommt gleich. Und wenn die Flut kommt, gehen wir von der Sandbank runter und gehen ein bisschen weiter zurück. Aber die Kinder können hier wunderbar spielen. Und da hinten kannst du schwimmen. Jo, ab zum Wasser. Boah, es ist so angenehm, Leute. So, die Kamera, sie klicken bei. Ich bin die nass mit, da geht sie nicht leer. Und genau so, wie das hier. So, jetzt sind wir 18 Uhr und gehen wir langsam zurück. Dann kommen wir den Strandschandel zurück ins Innere. Boah, es ist herrlich. Und dann geht auch so ein schöner Fahrtwind. Kinder, macht es Spaß? Ja. Sehr gut. Ja. Ja. Ja.